Ich mach den Typ nicht Sowas macht man nicht Schon ehrenlos, oder? Ja, das könnte zumindest eine Mutter sein oder eine Schwester oder so Guck mal, das ist ein Yunus nach Wilhelmsburg klatscht, nein, Digga Mit seinen drei Zentimetern Jo, Leute, willkommen zum neunten Video hier auf meinem Kanal Heute sind wir wieder Hamburg City Das Wetter ist übel krass, eigentlich schon T-Shirt-Wetter 16 Grad haben wir hier Was sind wir? Februar Februar sind wir, ne? Ne Witzig, ne? Ja, witzig, ne? Geh nach hinten, such dir einen Witz oder so, oder? Auf jeden Fall, heute fragen die Leute nach Yunus Amiri Ja, was sie so von ihnen halten Dabei hat er so ein paar Dinge abgezogen Ganz kurz vorweg, das dient uns zur Unterhaltung, ne? Also kein Hate, ich halte mich da raus Das sagt ab so nix Ähm, ich würd sagen, gönnt euch einfach das Video Und viel Spaß Wir haben einmal den Okan, achso, Okan Nadel Mohamed Anthony Dyson Achmed Hallo, ich bin Emihan Dogan Ähm, ich bin in der Stadthalsschule Südelbe Und, ja, bin 13 Jahre alt Ich bin Lara, bin zwölf Jahre Und bin auch in der Stadthalsschule Südelbe Ich bin Alperen Ähm, bin zwölf Jahre alt Und geh in die Goethe-Schule Harburg Achso, wir haben, glaub ich, ein anderes Objektiv drauf Ihr müsst doch mal, ähm, glaub ich, euren Namen sagen Aber ihr müsst ein bisschen näher rangehen, weil das Objektiv anders ist Einfach so, nochmal deinen Namen sagen, was haben wir nicht drauf Äh, ich heiße Alperen Und ich bin zwölf Jahre alt Und geh in die Goethe-Schule Harburg Ich bin Emihan, bin 13 Jahre alt Du musst ein bisschen näher rangehen, weil es ist ein anderes Noch ein bisschen Weißt du, wie sie, ja Ich bin Emihan, bin 13 Jahre alt Und geh in die Stadthalsschule Südelbe Kennt du Yunus Amiri? Ja Komm mal Was sagst du zu ihm? Äh, der ist ein bisschen... Sag Klartext, red mal Klartext, mach dir mal Ansage Also, ich hätte das nicht gemacht, was er gemacht hätte Und ich hätte auch nicht so ein lächerliches Statement-Video rausgebracht Das war im Kaufhaus, das war auch ne Scheiß-Aktion, ne? Ja, das war auch ne Scheiß-Aktion Pass auf Ich mag den Typ nicht Warum nicht? Ja, wegen seiner Aktion Wegen seiner Aktion, ist dumm, oder? Als YouTuber, wenn man sowas macht Komplett vorbei Sein Leben kaputt Ende, ne? Ja Kennst du Yunus Amiri? Ja Ähm Was hat er denn gemacht? Weißt du, was er gemacht hat? Ja, er hat sich einen runtergeholt Aber, was hältst du davon? Scheiße, was er macht Was ist er feiner? Was würdest du sagen, so? Er ist ein... Lutscher Ein Lutscher Yunus Amiri, was sagst du zu ihm? Ich finde einfach so, er ist... Was noch so? Ein... Natürlich, jetzt geht's aber los, Alter Also, was würdest... Guck mal, Jungs Was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt so sehen würdet? Freck ihn Alter Genau, genau Ich würde mich über ihn lustig machen Wie über ihn lustig machen? Auslachen? Ja Ja Bei Yunus Amiri, ne? Was hat er gemacht? Erzähl mal Keine Ahnung, das hat mit dem Schwanze, das er hat doch gesagt Ja, genau Was hat er so gemacht? Die Leute wissen das ja nicht Er hat seinen Schwanz gezeigt Was hätt's davon? Digga, das ist doch sein Schwanz Kann er, wenn er den Läuferlager zeigt, dann ist das doch seine Sache Aber schon peinlich, ne? Ja, schon peinlich Auf jeden Fall Das ist halt sein Schwanz, ja Die hat so wieder beim Video gestern geleakt, wo er bei Rossmann ist, hinter sich eine Frau sich stellt Ja Unser Ding rausholt und dann sich einen runterrollt Echt? Ja, ohne Witz Hat Bicky gepostet Digga, das ist krass Das ist das... Was sagst du dazu? Sowas macht man nicht Schon ehrenlos, oder? Ja, das könnte zumindest eine Mutter sein oder eine Schwester oder so Ne, sowas macht er nicht Das ist so Yunus Amiri, ne? Erzähl mal, was hat er gemacht? Er ist nur und so Er hat... Ich sag, was hat er gemacht? Er sagt direkt erst nur und so Er hat sich im Bahnein gejagt, Digga, ich hab sogar das Video Er freut, man, er freut, dass er Video hat Dein 3cm Sibi wie wäre der Mieschen Fahrt zu seinem Dorf, Mann Sein Großmisch Wolfsburg, Bruder Holt ihn mal nach Wilhelmsburg, Mann Guck mal, das ist ein Yunus nach Wilhelmsburg, wo ich klatschen eine Digga Was würdest du machen, wenn er jetzt hier so vorne steht? Klatschen eine, man, wer ist er? Mit seinen Locken, Digga Was sagst du zum Statement erst mal? Sein Statement, Bruder, hat gar keinen Sinn für mich Weil, guck mal, er sagt, das macht jeder von euch Aber nicht jeder von uns jackt sich einen in der Bahn Weißt du, wie ich mein? Hat er Bicci gepostet Der Kumpel von ihm, der alte Kumpel Mit seinen Augenbrauen, Digga, er kann damit nach Frankreich fliegen Guck mal, was sagst du jetzt dazu, Jungs? Hol ihn mal jetzt nach Wilhelmsburg, Mann Wer will ich noch was? Was sag, was dann? Du glattst dich rein Sein Locken Ich zieh ihn aus, wenn er Calvin Klein und Tausan hat, ich zieh auch aus So diese Mensch Kannst du doch irgendwann grüßen oder so? Mein Instagram Ja komm Okay, möchtest du noch irgendwas sagen? Kann ich jemanden grüßen? Ja klar Ich grüße alle von der Stadtteil Schule Liendorf Ja Ich grüße Nick Und Dominik Und Paul Das war's auf jeden Fall mit dem Video Wenn euch das Video gefallen hat Lasst euch ein Like mit dem Abo da Snapchat, Instagram ist ja unten eingeblendet Könnt ihr auf jeden Fall gerne abonnieren Schreibt eure Meinung zu uns an mir auf jeden Fall nochmal in die Kommentare Ich hab mich da auf jeden Fall raus Nicht alles nur zur Unterhaltung Ich würd sagen, bis zum nächsten Mal Leute Ciao